Ihre Begegnung mit der Hexe von Blair. Ähm, ja, das ist wirklich eine sehr unheimliche Geschichte. Ich möchte mich nur entschuldigen bei Mikes Mom und Joshes Mom und meiner Mom. Der Herbst, Anfang Winter 1940, da hat das angefangen, das Verschwinden von den Kindern. Ich möchte mich bei allen entschuldigen. Wenn wir uns verlaufen haben, dann geh ich doch einfach zu. Josh! Die war eines Tages verschwunden. Angeblich soll sie in den Wäldern verschollen sein. Es war ganz deutlich zu hören. Es war ein eindeutiges Kichern, Mann. Wollt ihr? Es ist meine Schuld. Nichts, ich weiß doch nicht, warum jedes Gespräch auf Video sein muss. Da ist doch wie eine Dokumentation drin. Doch nicht darüber, dass wir uns verirren. Wir machen eine Dokumentation über eine Hexe. Warum bist du, Josh? Es ist nur wegen mir so gekommen, dass wir jetzt hier sind, gehungig sind. Was es auch ist, es wird wiederkommen. Hier. Was ist das? Wir werden hier draußen sterben. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020